Die große Kelly-Lacke-Cast-Body überall! Das ist ein Challenge! Die Energie bei unserer Probe ist sehr gut. Wir haben einen sehr, sehr schönen, tollen Cast. Und alle sind so talentiert. Also es macht unglaublich viel Spaß. Und wir genießen das alle. Die Knie-Lacke-Cast-Body überall! Die Knie-Lacke-Cast-Body überall! Die Knie-Lacke-Cast-Body überall! Die Knie-Lacke-Cast-Body überall! Tina's dance style ist so iconic. Und ich denke, dass so viele von uns im ganzen Weltraum, wir wirklich erkennen, ihre bestimmte Stylen der Dance. Und ich war sehr froh, dass ich mit Tina selbst spenden, mit Tina, selbst, auf diese Choreografie. Und für mich, was ich von ihr eigentlichen, was, every move has an emotion. Every step has a reason. Rehearsals in Sjukgart have been going so well so far. I'm sort of amazed we're at this point we're at already. They've been working so hard. This cast are incredibly dedicated. They understand this material so well. Wie heißt du? NME. Und wie alt bist du? 16, Sir. Ladies and gentlemen, die kleine... NME! Wir haben eigentlich die ganze Show schon mal durchgespielt. Aber dann guckt immer das kreative Team, vielleicht kann das besser, vielleicht sollen wir das ändern, vielleicht versuch's mal so, mach's mal so. Also, it's like on the construction. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Menschen, also viele Castmitglieder, aber eben auch andere Beteiligte an der Show tatsächlich sehr viel Gefallen an diesen frühen Songs eben auch finden. Obwohl natürlich I Can Stand The Rain und Simply The Best und all diese Songs, die wir alle kennen, natürlich auch einfach jedes Mal, wenn sie kommen, jeden mitreißen. Ich freue mich, in Stuttgart zu sein. Ich freue mich, diese Show nochmals spielen zu dürfen und mit einem ganz frischen Cast und, wie gesagt, all diese schönen Änderungen, die es nach meiner Meinung noch besser macht und die Geschichte noch besser erzählt. Also 10, 10, 10, 10. Alles top.